Heute mit dem FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzenden Christian Lindner. Herzlich willkommen. Ich hasse Sie. Die drei derzeit mächtigsten Frauen. Ich hasse Sie. Respekt vor SPD und Grüne im Parlament. Ich bin nun gerade jedenfalls in den letzten Jahren immer strikt gegen eine stärkere Finanzierung der Bundeswehr gewesen. Sie hat gesagt, die FDP sei undeutlich, lebensfremd und kühl. Getroffen? Naja, na klar. Und das ist gut so. Wenn Sie etwas am Grundgesetz ändern könnten, ohne dass Sie dafür die notwendigen Mehrheiten zusammenbekommen müssten, was wäre es, das Sie ändern würden? Ich würde unser Parlament verändern. Es gibt ja eine Faszination fürs Autoritäre in unserem Land und in der Welt. Naja, na klar. Und das ist gut so. Ich hasse Frau Merkel.